yo 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 was geht ab meine freunde willkommen zu einer neuen folge von p reaction ich hoffe euch geht's gut mir geht's wie immer bestens und wie immer ohne langes rum geredet legen wir direkt los aber ganz kurz vorher folgt mir auf instagram meine freunde damit immer auf den neuesten stand bleibt abonniert den channel und aktiviert noch mal die glöcke ich muss man gucken welchen knopf drücken muss damit ihr gar keine reaction mehr verpasst meine freunde sehr nice und jetzt geht es auch schon direkt los mit jesus featuring bones mc produced der beat by the crates und die video bei shahou cassero und bounce mc kamera aha auch geile name aha.mo und assistent ilyas haddad production hat jeder ok legen wir los dass wir uns überraschen sieht wie danach nach nach so oldschool cam optik aus mit 4 zu 3 jesus featuring bones mc wenn ich will meine freunde der sound schon mal sehr sehr nice über auf oldschool gemacht das video hat aber schon mal flavor war alles kann sich auch nur 187 erlauben und so krass wie jesus mittlerweile immer im beat drinne ist also er hat sich auch extrem gesteigert sehr sehr nice und ich feiere diesen streaks so geil wenn bones immer mit seinem rugger style reinkommt ich feiere das extrem ich laufe rum wo ich will mache ich stress mit wem ich will geil geil alter noch mal ein stück zurückspulen ich war ja das extrem aber der sound könnte ein bisschen mehr klatschen ich hatte gerade schon eine reaction davor und da war der sound auf jeden fall ein bisschen satter als gerade bei den song waren die klasse zu schrott wieder keine zeit zu beten dicker rege das bild klark seht euch nie auf die straße immer ready wenn ihr wollt was für die du bist einfach in den teppich eingerollt werd verfolgt von den bullen weil die mögen mich nicht verfolgt von den bullen weil die mögen mich nicht das ist so geil alter wirklich geile hock Geil Mann, die Hook hat richtig Flavor. Die Parts, krass gewesen. Die Hook hat auch krass Flavor, ich kann gar nicht mehr in Ruhe sitzen. Geiles Ding. Geil mit den Scratches. Von DJ Divo wahrscheinlich. Krasser Beat, Alter. Ich feier diesen Style. Ich feier 187, ich feier die Mucke. Das ist genau mein Ding, wirklich. Ganz, ganz krass. Geiler Beat. Geil, 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 geil. Was soll ich sagen? Geil, 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 meine Freunde. Geile Release ist heute, meine Freunde. Das war Jesus Featuring Bones MC. Wenn ich will, feier ich. Schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr den Song, meine Freunde. Wenn ihr dabei seid, dann abonniert euch schon mal den Channel. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Und ja, krasser Song, krass. Feier ich, feier ich, feier ich. Noch mal ganz kurz bei Jesus Part reinhören. Heute war der, bis der Einstieg vom Rap kam, hat heute ein bisschen länger gedauert. Fast 30 Sekunden. Ich dreh ab, wenn ich will. Du machst klasse, wenn ich will. Fahr mit 180 Sachen durch die Stadt, wenn ich will. Geil. Wie Jesus auf den Beat reinkommt, überkrass, Alter. Überkrass, finde ich. Feier ich mega. Deswegen kriegt der Song auch direkt ein Like, meine Freunde. Und nicht nur das verdammte Like, sondern auch gleich Gottverdammte 3 Flammen. Ach, was soll der Geiz? Scheiße, Mann. Wir geben heute 4 Flammen, weil der Song mich echt, echt anzeigt. Ah, das XY kommt weg. 4 Flammen, meine Freunde. 4 Flammen, es gab noch nie 4 Flammen. Das erste Mal 4 Flammen bei der P-Reaction. Krasser Song. Hören wir nochmal beim Boats rein. Auch die Bridge. Sehr nice. Sehr, sehr nice gemacht. Wie er läuft so. Ich feier das, wenn er mit seiner Stimme so tief geht. Nice, nice. Geil. Geil. Ich feier die Flows. Meine Freunde, wie findet ihr den Song? Wie findet ihr das Video? Das Video ist, äh, ja, cool gemacht. Jetzt nichts überkrass Besonderes, aber hat halt diesen 187 Street Flavor. Nice, feier ich. Ich finde, diese alte Quali muss meinetwegen nicht sein. Die können schon ruhig auf. Ich feiere dieses, dieses ganze neue. Diese Quali. Alles Full HD, Hightech, 4K. Deswegen muss das nicht unbedingt auf alt für mich gemacht sein. Aber für mich ist der Song das Wichtigste, damit ich mein Fitness schön pumpen kann. Meine Freunde, hier abonniert den Channel, aktiviert die Glocke nicht vergessen. Ich sag das heute zum zweiten oder dritten Mal, denn es muss gemacht werden. Ich muss auch supportet werden. Das war's. Wollen wir es gar nicht unnötig in die Länge ziehen? Jesus Featuring Bones MC, Jesus Released. Nächste Woche sein Album. Alter, große Freiheit erscheint am 14.11. Mann, freue ich mich endlich wieder an Album, was man ein bisschen länger pumpen kann. Folgt C-Ram TV, meine Freunde. Folgt P-Reaction, P-Production Music. Hier nochmal. Wird es eingeblendet. Nur für euch. Zack, 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 zack. Super, meine Freunde, das war's für heute. Wie gesagt, waren wir es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Krasser Song, krasser Beat. Schreibt in die Comics, wie ihr das findet. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns gleich bei den nächsten Reactionen wieder. Bleibt stabil, bleibt gesund. Entspannten Tag, entspannten Abend, wann auch immer ihr die Reaction guckt. Meine Freunde, bis bald. Ich bin raus. Peace. Ich bin raus.